Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und Neo ist selber ne Pussy von Battlefield 4 und wir zeigen heute Kaspische Grenze 2014. Wieder im Eroberungsmodus, aber ich will mal Rush Metro spielen, denn da soll ja der Gras entzündbar sein, dann will ich auch mal gucken. Ja, mal schauen, ob wir wieder ne geile Runde kriegen. Ich meine, wir haben jetzt drei von vier Runden gewonnen. Wenn wir jetzt nochmal gewinnen, ich hole will die Viper. Ich bin der Viper! Oh ja, Neo und Delta in die Viper, wie geil ist das. Jetzt nur nicht rumnubeln, ja? Hab schon mit ner Viper markiert, die uns gefährdeten könnte. Ja, die holen wir uns jetzt direkt. 700 Meter. Nicht schießen noch. Ja, ich hab, ähm, ähm, Laser gelenkt, wie's aussieht. Keine Werner-Sucher. Boom! Und boom! Boom! Und ja, so geht das. So geht das, Neo, so geht das. Tank unter uns, den machen wir jetzt mal fertig. Markiert. Ich schieß mal drauf. Hey, der ist nicht draufgegangen, oder was? Ja, aber warum drehst du weg? Ja, ähm, ja, vor Tanks, ja, ich habe Angst. Wo ist er denn jetzt? Ah, hinter uns. Hä, hinter uns? Oh, der will uns anschießen, ist klar, Junge. Haben, haben stark angehitzt. Oh mein Gott! Verdammt, Baum! Noob! Scheiße! Du Noob! Ne, nicht isch Noob, was macht der Scheißbaum da? Stehen! Der kann nicht davonlaufen. Ab in den Tank. Ja, da ist ein Tank für uns, also, beziehungsweise hier vom Max Becool, der gerade da gegangen ist. Ich würde mal sagen, Spawn war bei A. Ja, ich bin leider im Tank gespornet und da saß schon einer drin, ne? Okay, lassen wir hier A holen, denn es wird stark angemacht. Oder, ne, komm, wir sind ja schon bei C hier. Ja, ich, du bist bei C. Ja, du bist ja auch bei C. Ich bin auch bei C. Ich bin auch bei C. Nee, du bist ja, äh, ich bin doch gerade bei dir gespawnt, oder? Nee. Das ist bei irgendeinem, jemandem von vorher festgelandet. Das ist bohnt. Aber kaspische Grenze ist einfach nur gel. Es gibt wieder den berühmt-berüchtigten Sender-Turm hier, ja. Oh mein Gott, hier geht's ja runter. Wie geil ist das denn? Unter, unterm Turm, oder wat? Oh ja. Oh mein Gott, komm mal bei C. Bist du tot, Mann, bei mir? What the fuck, wie geil ist das denn? Komm einfach gemütlich zu dir, ja? Ja, und hier kann man auch hoch. Oh, wie geil. David hat er angegriffen, ja. Ich fick mich gleich selber. Was ich geil finde, dass man, ja, entlang der Grenze kannst du laufen, ne? Ja, aber das ist nicht gerade so cool. Ah, laufen, ha, laufen. Hey, hier liegt der alte Turm. Hey. Hey, hier liegt der alte Turm von BF3. Das ist ein neuer Turm da hinten. Da liegen Stücke des alten Turms. Ich hab mir gedacht, das passt irgendwie nicht ganz. Warte, ich hol mir erstmal hier eine Weihpower, da auch nicht. Ja, da fehlt natürlich der Turm. Da hast du recht. Warum? Okay, ein B nehmen wir ein. C haben wir. Neo, jetzt beweg mal deinen Arsch hier hin. Ja, ich hab grad ein bisschen Schiss, dass ich gemessert werde gleich oder so, ne? Aber ich bin schon unterwegs. Wow! Alter, den hab ich nicht gesehen. Okay, ich zeig dir noch was Schönes. Der Spawner da mir. Ja. Ich will ja nix sagen, aber die nehmen gerade alles ein, ne? Nur so. Zeig mir noch ein bisschen. Geil. Einfach nur geil. Oh mein Gott, ich bin... Na gut, dass du zugemacht hast. Ich war gerade rausgesprungen fast. Aber warum machst du zu? Mach auf! Da ist ein Tank. Nein! Warum bewegt der sich los, schau sich. Ja, warte. Auf jeden Fall kann man von hier aus B ziemlich gut verteidigen. Und da, wir sehen's, es brennt. Äh, bei B. Da ist sie nicht, das Feuer. Siehst, das Feuer nicht? Ne, 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 warte, warte. Äh, äh, äh. Bei B? Bei B, Junge. Ja, das Feuer ist jetzt zu Ende. C wird eingenommen. Also ist nur noch A zu holen. Dann machen wir das doch, oder? Ja, gerne. Ja, Neo. Okay, Panzer bei C. Da helfen wir mit, denn er hat gerade alle platt gemacht. Ja. Meine V-40 hoch für die Infanteristen. Hab ich schon gemacht, aber hat nicht wirklich viel gebracht. Hab ich schon, bei mir sind's runtergeschnutzt, warum man dich habs in der Luft killen kann. Äh, guck mal auf den Turm. Nein, fuck, Junge. Ich will nicht auf den Turm gucken. Ich will die Leute ja töten, Junge. Und mach hin. Wo bist du jetzt schon wieder? Ja, okay, bei C. Boah, das war gerade ziemlich krank. Ich hoffe, du bist. Mach dich platt, Junge. Natürlich ist da einer neben mir, den ich gesehen hab, aber ich wollte es unbedingt den anderen haben. Das war's killlos. Ja, das war's, du, in der Tat. Ich, oder wie? Hab ich ihn. Oh, da ist schon wieder derselbe, oder? Nein, 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 nein. Oh, mein Gott, das war gerade so knapp. Ja. Ich's killlos setzig, ne? Na, messer ihn! Nein! Oben! Oben, rechts! Hab ihn. Hab ihn nicht, aber er ist tot. Scheiß! Ja, heute gehst du mir ab, ne? Dreimal. Ja, gerade jetzt eben, ja, aber. Alter. Das war mehr Glück als Verstand. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzstil Charlie übernommen. Okay, da unten ging es gerade ab. Warst du schon unten? Ich war noch nicht unten, ich guck mir das jetzt erst an. Wir sind alles ein bisschen zerstört. Nein, ich wollte mit der... Da geht's noch weiter runter. Ja. Kanalisation. Ach, wie geil. Ist geil, oder? Mal schauen, wo die hinführt. Hast du dir die Trophäe 3x schon geholt? Ich hab' welche Trophäe geholt? Ich hab' welche Trophäe geholt? Ich hab' nichts verstanden. Da unten kann man durchtauchen. Ach so, und da holt man... Nein. Wo? Ich gucke man sich ne Trophäe ab. Da, wo du bist. Da unten. Nee. Äh, nicht da, sondern... Wenn du bei C dann runter gehst, ne? Ja, wo denn? Also, die Tumation da, wo... Ja, der... Das kann... Die Kanäle... Ist da Tio... Da rein, muss ich. Ja. Zeigst du's mir mal bitte? Mach. Tio! 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 Ich glaub' nicht, dass das hier ist, oder? Ich glaub' nicht, dass das hier ist, oder? Ich kann's... Tio! 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 Ja, warte, ich spring' jetzt runter. Warte mal, okay, ich find' die Stelle hier nicht mehr, bleib' oben, bleib' oben. Ich komm' rauf. Von oben muss man irgendwo tauchen, oder? Hast du das grade eben jetzt gemacht? Ja! So, wo geht's hier nochmal rein? Ja, hier oder hier? Hier, ja. Hier kann man auch rein. Ja, hier, ja. Hier kann... Delta, komm zu mir! Komm zu mir! Okay, komm! Hier, hier! Dann... Warte, warte, warte! Ich muss jetzt da schauen, wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Verdammt! Hier, genau! Hier, komm! Komm, komm, Alter! Hier! Hey! Wo? Da durch! Bye, bye! Hehehe! 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 Ich hab Sichtkontakt zu nem feindlichen Panzerjäger! Erstlich deiner aktuellen Stellung! Geil, wa? Die haben wirklich so viel Geiles hier reingemacht! Und hier kannst du tauchen! Oh Gott! Ah, okay! Ist nicht mehr so weit! Jeder hat ein Trophäe! Nee, nee! Oh ja! Sie haben ein Trophäe verdient! Drecksarbeit! Sind wir durch Scheiße! Hol ihn, hol ihn! Oh mein Gott! Scheiße! Haha! Hätte ich den geholt, das wär so geil gewesen! Bist du wieder mit das Ding aufgegangen, oder was? Nee! M- Me- Ah! Ah, Mann! Na klar! Hab ich gezögert, Junge! Ja! Wow! Yes! Ich hab Sichtkontakt zum falschen Panzer! Das ist, wenn man kurz was auf den Maps sieht und sie nochmal kurz umdrehen muss, ne? Das darf doch nicht wahr sein! Wie können wir mich erschießen? Ich hau mir mal ein bisschen in die F35, ja? Ja! Alter, wenn ich meine M5K hier hätte, ey! Die würde ich so rasieren! Und zwar von unten und von oben! Und von der Seite nicht vergessen! Na klar! Er wird getötet! Am besten noch einen kleinen Dreieck in der Mitte lassen, ne? Ja! Sowieso! Und sie kommen da wieder runter! Wenn du... Fahrzeug... ... Na klar! Mit einem M4-Gewehr und die Streffung fast gar nicht! Weil ich mit... Ich hab... Ähm... Luftboden... ... ... ... mit... Jo... Wo bist du? In der Luft! In der Luft! Mit Jet oder Viper? Jet! Okay... Erstmal bei B spawnen! Genau! Mitten in der Flagge! Das war jetzt scheiß gespawnt! Mitten in der Flagge! Was ist das hier? Könnte mir das nützlich sein? Nein! Auch gut! Schneller! Wir wollen zu C, Junge! Mein Gott! Kann der noch nicht mal einen Stein hochklettern oder was? Was bist du für ein Soldat, Junge? Was bist du für ein Soldat, Junge? Hilfe bei Kill bedeutet, er ist down! Ja, ja, die Kaspische Grenze hat's auch in sich, wa? Oh ja! Schade nur, dass sie nicht Neuschalkanäle reingemacht haben! Das hätte auch bestimmt ganz gut werden können! Auf jeden Fall Neuschalkanäle wär geil gewesen! Wesen, oh! Und... Was mir auch... Wie... Wie... ist... Geld ist, ähm... Intel Carg! Ja, komm, Intel Carg war jetzt nicht der Brüller! Das tun wir! Oh man, das stört immer wenn ich drauf schieße, ich stürze die ab! Oh man, das stört immer wenn ich drauf schieße, ich stürze die ab! Das ist doch nicht mehr normal, Junge! Ich hab nördlich von dir einen feindlichen Panzer gesichtet! Oh mein Gott! Der ist gar nicht rechtzeitig noch rausgesprungen! Ah! B wird angegriffen! Aha! Ich bin leider gerade im Dock! Ja, kann nicht viel helfen! Nie, nie deinen Gegner hinterherlaufen! Ach! Das ist das dümmste, was man machen kann! Und... Der Chatpilot ging... Nein, nein, nein! Oh mein! Wie kann der mir einen Headshot geben? Wie? Wie? Ich frag mich nur wie! Oh! Ja, klar Neo! Ich versteh schon! Oh! Was? Ja! Na ja, ich versteh eigentlich gar nix, denn man hört gar nix, Neo! Wie gesagt! Nicht gut! Nee, gar nix! Tank down! Ingen tun! Let's! Fuck! Ja! Wir werden's Let's Bug! Nennen! Jep! Bugging... Speaker! Oder Bugging Speaker! Können wir auch machen! Und ich habe einen gesehen, der in die Kanalisation reingegangen ist! Und natürlich treffe ich natürlich wieder gar nix, oder? Wow! Diese Pistole ist einfach nur derbe! Oh! Oh! Sie! 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 Alter! Ist doch der Typ! Weißt du, was ich gerade für eine Erleichtung gebracht habe? Ich habe circa sieben Sekunden, äh, sieben Kugeln in einer Sekunde geschossen! Du kannst mich beleidigen, soviel du willst, die Zuschauer hören es sowieso nicht! Ja! 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 Die haben jetzt gerade mal Leute gehört und Schluss! Geh, ey! Na komm! Was ist das, NEO? Oder wer auch immer das war, Junge? Ich wollte ihn gerade messern! Ich will dich haben, Junge. Aber sowas von. Nein! 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 Scheiße! Ich renne voll hinterher und der dreht sich und schieße mich erstmal mit einer ALK ab. Aber ich weiß ja, wo du bist. Du, Bobby, ich hole dich jetzt. Oh, der scheint ziemlich gut zu sein. Der hat deinen ganzen Squad eliminiert. Aber ja. Der ist gut. Gut. Aber nicht. 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 Aha. Okay, sie wurden eliminiert. Wie sie da drin hocken, die Kanickel im Kanickelbau oder was? Geh mal den Turm hoch. Geh Welchen Turm? Das sind vier Türme. Der Turm hoch. Wer hockt? Welch? Da drinnen. Ja, der äh 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 gestürzte. Achso. Ja, man hört nicht sehr viel. Genau der. Ja, okay. Ich bin schon unterwegs. Stimmt. 25 Tickets. Stimmt. Nein! Jetzt wartet! Der darf der ist der ist der gewusst. Täter. Was? Ja. Ah. Wow, Tank. Ich habe nichts gekriegt. Fuck. Oh, das tut mir aber leid. Warte ich, T-Bag, die noch ein bisschen. Zack, 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 zack. In der Oh mein Gott! Ich wurde gesniped! Da liegt einer mit einem 40er Kaliber. Junge, wie derbe ist das heute schon wieder. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Und Kaspische Grenze war jetzt die längste Runde. Mit 21 Minuten schon. Ja. Ja, das ist auch heute unser erstes, letztes, letztes Let's Play, denn... Ne, ich komme hier gut klar, aber... Aber das Problem ist ja halt... Na komm, das darf doch nicht wahr sein, immer wenn ich drauf schießen will. Ne, oh hinter dir. Ne, oder wer auch immer sagt, Das ist... Ne, ich bin nicht... Kinder... Mehr. Letzten zwölf... Tick... Uah. Neiiiin! Ich wollte noch schießen. Aber wir haben gar nicht. Jedenfall... Spawn... nicht mehr, ne? Nö. Den Ticket, den dürfen sie so behalten. Ja, ich kann nur sagen, eine gute Runde und es war einfach nur geil. Also für mich war es eine gute Runde, obwohl die KD jetzt wahrscheinlich nicht so gut sein mag. 13-12, aber es hat Fun gemacht. Es hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Aber ich weiß, was ich jetzt machen werde, nämlich die Aufnahme beenden und weiter Metro zocken. Oh ja. Also dann, bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao.